Musik MWM Schmieranlagen ist eine rein italienische Geschichte, die auch Forschung, Erfahrung, Leidenschaft, Kreativität und Ausdauer aufbaut. Es ist eine Geschichte, die seit über 30 Jahren kreatives Flair und die Stränge der Technik vereint. MWM Schmieranlagen ist ein Unternehmen, das auf einem sehr hohen Leistungsniveau in einem Nischenbereich tätig ist. Der Planung und Herstellung von Minimalmengen-Schmiersystemen. Diese Systeme sind imstande, eine minimale und extrem genaue Öldosierung zur Schmierung von Hochgeschwindigkeitspräzisionswälzlagern zu liefern. Unter Einbindung von mechanischen, hydraulischen und optoelektronischen Elementen fertigt MWM Öl Luftschmiersysteme mit elektronischen Schlierensensoren. Die Minimalmengen-Schmierung ist ein spezialisierter Bereich der automatischen Schmiertechnik, wo sehr kleine Mengen von Schmiermittel konstant, kontinuierlich und kontrolliert versorgt werden. Die Geschichte von MWM begann vor mehr als 30 Jahren in Mailand, im Jahr 1986, als der damals 30-jährige Gründer sein Diplom in Maschinenbau erhielt. In den 1980er Jahren war noch keine Rede von Mechatronik, aber ich war immer fasziniert von der Idee eines Zusammenspiels unter Mechanik, Elektronik und Informationstechnik. Während des Studiums habe ich als Handelsvertreter in der Bekleidungsindustrie gearbeitet, weil ich die Arbeit meines Vaters übernehmen musste, der schwer erkrankt war. Dann traf ich die Entscheidung, auch als Vertreter für ein deutsches Unternehmen zu arbeiten, das Schmiersysteme produzierte. Ich war von der Elektrotechnik fasziniert, also beschloss ich, mein Studium an der Universität fortzusetzen. Ich schrieb mich an der Polytechnico von Mailand für das Fach Mechanik ein. Ich erhielt meinen Abschluss in der auf Mechanik angewandte elektronische Instrumentierung im Jahr 1982 und dies ist das grundlegende Thema meiner Arbeit geblieben. Das war die Zeit, als die ersten numerisch gesteuerten Maschinen und elektronisch steuerbaren Autos entwickelt wurden. Das Ziel war, Diagnosesignale zu entwickeln, die Kommunikation und Überwachung in Maschinen ermöglichen. Ich erinnere mich, dass einer meiner Hochschuldozenten eines Tages zu mir sagte, machen Sie immer das, wofür Sie sich begeistern. Ihr Ziel ist es, ein Spezialist zu werden, vor allem aber die Nummer 1 in Ihrem Bereich zu sein. Da ich bereits für eine deutsche Firma arbeitete, die Schmiersysteme herstellte, beschloss ich, mich darauf zu spezialisieren und entwickelte das Konzept der Minimalmengenschmierung. Und dieses Konzept war in bestimmten Bereichen, in denen gewohnheitsgemäß große Mengen an Schmiermittel verwendet wurden und wo dementsprechend große Tonnagen hergestellt werden, nicht beliebt. So haben wir die ersten Patente für Mikroschmierung entwickelt, die wir später MQL, Minimalmengenschmierung nannten. Und dann, in der Internet-Ära, wurde dies auch der Name unserer Website, www.mql.it. Eine unserer ersten Herausforderungen war, ein Schmierproblem für Ferrari zu lösen. Das Unternehmen hatte sich in Bezug auf die Schmierung von Hochgeschwindigkeitslagern in ihren Formel-1-Motorprüfständen an mich gewandt. Die Arbeit bei Maranello war eine große Ehre für einen jungen Ingenieur. Damals verstand ich, dass das Geheimnis, die Nummer 1 in einem Gebiet zu werden, bedeutet, beharrlich zu sein und gemeinsam mit dem Kunden nach Lösungen zu suchen. Und dafür benötigte ich auch eine grundlegende Ressource, eine Forschungs- und Entwicklungseinrichtung, die es mir ermöglichen würde, meine innovativen Produkte zu testen und einzusetzen. Und so kam es, dass ich erneut die Polytechnico von Mailand aufsuchte, wo ich studiert hatte und aufgewachsen war. Und dank der synergetischen Forschung unter dem Unternehmen, seinen Kunden und der Polytechnico von Mailand, entstanden die ersten Patente im Bereich der Minimalmengenschmierung. MWM war das erste italienische Unternehmen, das ein Ölluft-Minimalmengenschmiersystem mit einer integrierten elektronischen Erfassungsvorrichtung patentieren ließ. Diese Technik ermöglicht es uns, hohe Leistung, Effizienz und Respekt für die Umwelt zu verbinden. Minimalschmierung, MQL, erfordert weit weniger Schmiermittel und verursacht weniger Verschmutzung als Nebelanlagen oder Ölaufschmiersysteme. Wir arbeiten mit sehr geringen Durchflussraten, mit Mengen von nur hundertstel Millimeter pro Stunde, die konstant und kontinuierlich verteilt werden. Zum Beispiel ein Durchfluss von etwa drei Tropfen Öl pro Stunde. Und die MWM-Mischgeräte und Dosiersysteme mit eigenen Schlierensensoren ermöglichen die hochpräzise Bereitstellung von Schmiermittel-Minimalmengen. Unsere Sensoren und die Elektronik werden von einem strategischen Partner hergestellt, der für uns von größter Bedeutung ist. BTSR, Weltmarktführer in der Herstellung von elektronischen Sensoren, die in einer klimatisierten und ständig kontrollierten Umgebung mit modernster Technologie hergestellt, zusammengebaut und einzeln getestet werden. Das patentierte Öl-Luftmischgerät von MWM enthält einen optischen Sensor, der die geringen abgegebenen Mengen von Schmiermittel mit Hilfe eines hochpräzisen Dosierelements erkennt. Diese kleinen Mengen von Schmiermittel werden durch einen Druckluftstoß zugeführt, um so einen kontinuierlichen Mindestdurchfluss von Schmiermittel zu der Schmierstelle, in der Regel ein Hochgeschwindigkeitslager zu erzeugen. Dies gewährleistet die kontinuierliche Erkennung des Durchflusses und des gesamten Schmiersystems. Dies ermöglicht höhere Leistungen und den minimalen Einsatz von Schmiermittel, wodurch eine Überhitzung aufgrund der hydrodynamischen Reibung vermieden wird, sowie eine kontinuierlich überwachte Technologie, die eine konstante Mindestbetriebstemperatur ermöglicht. Durch die kundenspezifische Anpassung der Erfassungssoftware ist MWM in der Lage, verschiedene Systeme für jede Anforderung zu konzipieren. MWM-Produkte vereinen Handwerkskunst und hohe technologische Standards. Jedes Minimalmengenschmiersystem von MWM wird manuell aus einzelnen Komponenten zusammengesetzt, die das Ergebnis hochentwickelter Technologien sind. Für unsere Kunden muss die Produktion fortlaufend sein und ständig überwacht werden, um Produktionsausfälle so gering wie möglich zu halten und unnötige Kosten zu vermeiden. Wir bieten unsere Dienstleistungen für die Automobil- und Luftfahrtindustrie, sowie alle anderen Bereiche mit Hochgeschwindigkeitsanwendungen an, wie zum Beispiel Zentrifugen in der chemischen Industrie. Wir sind in allen bedeutenden Produktionsstätten weltweit vertreten, vor allem in Deutschland und auf dem asiatischen Markt in Japan, Korea und China. Und natürlich auch in Italien, wo unser Unternehmen entstanden ist und sich entwickelt hat. Im Laufe der Jahre haben wir in Zusammenarbeit mit dem Polytechnico von Mailand neue Forschungsgebiete entwickelt, die zu neuen internationalen Patenten geführt haben, wie zum Beispiel dem Lasersensor zur Messung der Schmierstoffmenge und optoelektronischen Sensoren zur Messung geringer Durchflussraten von Schmiermittel in Ölnebelmischungen oder in Ölnebel. Unter den verschiedenen Dienstleistungen versorgt MWM seine Kunden mit einer Reihe von Backup-Systemen, die innerhalb von 24 Stunden ab der Anfrage versendet werden können. Aber es sind die Forschung und die ständige Herausforderung, Hochleistungslösungen zu finden, die MWM-Schmieranlagen zu einem führenden Unternehmen für die Herstellung von kompakten Minimalmengen Schmieranlagen für industrielle Hochleistungsmaschinen gemacht haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017